mein name ist björn technischer außendienst mitarbeiter der firma ks tools ich möchte euch jetzt unseren 94 teiligen steckschlüssel satz viertel zoll und halb zoll vorstellen wir liefern ihnen in einem robusten kunststoff koffer im halb zoll bereich fangen wir bei zehn millimeter an bis 24 haben auch darin 27 30 und 32 millimeter im viertel zoll bereich fangen wir schon an mit vier millimeter bis 14 millimeter dazwischen sind auch noch die sondergrößen wie 4,5 und 5,5 millimeter im oberen bereich des kaufers haben wir oben die steckschlüssel halb zoll in lang auch sechskant aufnahme und hier viertel zoll auch in lang auch sechskant hier sind die bit stecknüsse torx mit stirnlochbohrung in sechskant kreuz haben wir da drin im ph und pz profil von 1 bis 4 jeweils hier haben wir noch die passende verlängerung im halb zoll bereich die gelenke dazu im viertel zoll halb zoll und zündkerz nüsse die wichtigen 16 und 21 millimeter die enthaltenen umschalt knarren haben eine druckknopf auslösung und sind verzahnt mit 45 zähne eine weitere besonderheit ist auch die biegsame verlängerung antrieb viertel zoll diese zusammenstellung vereint perfekt den bereich viertel zoll mit halb zoll ist somit der ideale wegbegleiter